Bill Kaulitz geht es nicht gut. Nachdem er Mark Eggers auf Instagram entfolgt ist, spricht er nun von davon, gegostet und im Stich gelassen worden zu sein. Noch vor kurzem sah alles so rosig aus, jetzt scheint schon wieder alles aus zu sein. Bill Kaulitz hat Mark Eggers auf Instagram die Freundschaft gekündigt. Seither wird gemunkelt, das Paar habe sich getrennt. Oder stecken die beiden Männer nach einem heftigen Streit bloß in einer Krise? Wer sich Antworten hierauf erhofft, der hatte der neuen Folge Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood in dieser Woche besonders entgegengefiebert. Punkt am heutigen Mittwoch, 4. Dezember, war es endlich soweit. Und tatsächlich, Bill Kaulitz scheint eine heftige Zeit durchzumachen, sprach offen über seine Enttäuschung. Doch erst einmal von vorne. Allein der Titel der neuen Folge ist vielversprechend, denn die Arschlöcher vom Dienst klingt nicht gerade nach guter Laune. Punkt es weht ein rauer Wind, auf allen Ebenen, wird die Episode, in der sich die Tokio Hotel Twins aus dem kalten Montreal melden, prompt von Bill Kaulitz eröffnet. Punkt gemeint sein sollen damit unter anderem technische Probleme und Toms Kopfschmerzen. Doch auch sein Bruder gibt zu, dass er schon mal besser drauf war. Gerade zum Ende des Jahres kriegt man nochmal richtig einen drüber, verrät er. Wer auf ein Update zum Beziehungsstatus von Bill Kaulitz und Mark Eggers wartet, muss sich aber noch gedulden. Es kommt alles auf den Tisch, verspricht Bill. Als Langzeitsingle weiß Bill Kaulitz, wie sich Einsamkeit in den Feiertagen anfühlt. Nach ein wenig Geplänkel geht es um die bevorstehende Weihnachtszeit, und darum, wie es ist, an den Feiertagen allein zu sein. Punkt ich weiß, dass viele von euch nicht so ne Familie haben, und ich weiß, dass man sich dann ganz schnell alleine fühlt, so Bill. Alle einsamen Seelen möchte der Sänger ermutigen, sich etwas Schönes vorzunehmen, statt allein auf der Couch zu hängen. Wenn Papa traurig ist. Anspielung auf Trennung von Mark Eggers? Sie selbst seien privilegiert, aber natürlich haben auch wir unser Päckchen zu tragen, so Tom Kaulitz. Man reden nicht oft über die eigentlichen Probleme, aber, wenn it rains, it pours, zu deutsch in etwa, manchmal kommt es richtig dicke. Punkt diese Woche haben wir ganz viel Pech, fügt Bill hinzu. Prompt hat Tom das Bedürfnis, sich trösten zu äußern, und richtet sich dabei an jeden, der in der schweren Zeit ist. Man müsse trotzdem was Schönes machen, zum Beispiel seinem Hund in die Augen gucken, der einen nochmal aus der Situation rausholt. Punkt Bill fühlt sich sofort angesprochen, ja, die Alphia, schwärmt er. Geht es jetzt also endlich um die vermeintliche Trennung von Bill Kaulitz und seinem Mark Eggers? Das wird nicht ausgesprochen, dafür aber, dass Bills Hund ihm aktuell offenbar eine große Stütze ist, weil Papi gerade traurig ist. Im Stich gelassen. Bill Kaulitz fühlt sich verarscht. Dann wird Bill endlich konkreter. Er wundere sich noch immer, wie krass Leute drauf sind, kommt er auf die Gründe zu sprechen, warum es ihm aktuell nicht gut geht. Punkt ich hatte das diese Woche, ja, dass es schlecht läuft, auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, räumt er ein. Punkt dass Leute trotzdem keine Empathie haben und in Sachen emotionale Bindung und moralischer Kompass so defizitär sein, schockiert ihn. Punkt wo Leute dann einfach wirklich sagen, weißt du was, ist mir egal. Ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir oder ich sage 20 Mal bitte sei dann da, ich muss mich auf dich verlassen, aber sie schlafen weiter, drehen den Wecker um, kommen nicht, lassen mich wirklich im Stich. Besonders nahe gehe ihm dieses sich einfach nicht mehr melden. In dieser Woche habe er es beruflich wie privat erlebt, dass man ihm eiskalt den Rücken zugedreht habe, so Bill weiter. Er habe deschessen und gedacht, wow, so hart ist mir das auch noch nicht passiert. Punkt das klingt verdächtig nach Mark Eggers. Doch Bill will sich nicht unterkriegen lassen, wenn Leute einen verarschen, kann man trotzdem bei sich bleiben und ich möchte nicht so ein Mensch werden. Punkt das klingt. Punkt das klingt. Punkt das klingt.